und das ding ist irgendwie der oberhammer strom aus deinem blummetopf na gut das ist ein kupfer und zinkstab ist das glaube ich und dann halt also bei mir sind gar keine pflanzen drin einfach nur erde und wasser naja aber das prinzip das kennt ihr ja schon zur genüge ist nix so neues trotzdem schönes verblüffendes spielerreitig ja ich habe acht Minuten schaffen wir achten du soll doch mal gucken Mal schauen. Wow, so hatte ich es noch nie gehabt. Das ist ein Trostenkreis. Du hast die Menschen in 2 Minuten erst bestimmt schon. Heftig. Das kriegt das euer Baby alles mit, das wisst ihr. Ja, die sind schwingungen. Echt? Aber sie sind ja nicht ungesund. Klar. Echt? Krass. Das sieht gut aus, der Versuch. Das sieht wirklich heftig aus. Vor allem war es alles ein Stehgreifen. Ja. Dosten, ich glaube du hast die 8 Minuten, oder? Ach doch mal. Das waren dann gerade mal 10 Minuten. Warte, wenn ich ernst anjahre und scheiße. Oh, und ist sogar wieder gelandet. Krass. Das ist noch nicht gerade wieder gelandet. Das muss ich nicht. Du musst doch einen Millimeter drüben, den nicht den Fuß hochziehen. Weil der kommt uns langsam hier rüber zu. Ja? Das hat man gesehen. Du musst den hinteren Fuß noch ein bisschen... ...Millimeter justieren. Aha. Der kommt nämlich mit der Zeit immer mehr zu uns. Okay, das ist eine gute Einstellung. Das Ding wird hier nie wieder bewegt. Der hat hier nie wieder einen Vorführeffekt. Ja. Wo siehst du das? Der ist nämlich nicht mit dich. Der kommt immer langsam mehr zu uns rüber zu. Du musst den einen Pfund noch ein bisschen hoch. Einen Millimeter vielleicht, oder? Ja? Da gibt es keinen halben Millimeter. Soll ich da jetzt wirklich noch was dran rumstellen? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Wieso hatte ich es noch nie gehabt. In den ganzen 3 Jahren, wo ich das Ding jetzt habe hier. Der kommt doch zu uns rüber zu. Soll ich das auch? Nicht, das das Books von hier drüben. Der ist mit dich. Bis zum nächsten Mal.